In diesem Video geht es um die Parteien in der Bundesrepublik Deutschland. Ich erkläre dir, was man unter einer Partei versteht und stelle dir die sechs wichtigsten vor. Eine Partei ist eine politische Vereinigung, in der sich Menschen mit gleichen politischen Einstellungen und Zielen zusammenschließen. Laut Grundgesetz kann jeder Bürger und jede Bürgerin eine Partei gründen. Voraussetzung ist die Einhaltung demokratischer Grundsätze. Außerdem ist die Finanzierung öffentlich darzulegen. Alle vier Jahre treten die Parteien in der Bundesrepublik Deutschland zur Bundestagswahl an. Die Parteien unterscheiden sich in ihren politischen Programmen. Sie werben um die Wahlstimmen der Bürger. Es gibt viele Parteien in Deutschland. Viele sind zu klein, um politischen Einfluss zu haben. Sechs Parteien prägen die deutsche Parteienlandschaft. Die Abkürzung SPD steht für Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Die Partei entstand aus der Arbeiterbewegung und ist eine Volkspartei. Sie wurde 1863 gegründet und ist die älteste noch bestehende Partei. Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität sind die Grundwerte der SPD. Sie setzt sich für soziale Gerechtigkeit ein. Aus ihrer Geschichte hat sie eine enge Verbindung zu den Gewerkschaften. Die Farbe der SPD ist rot. 1945 wurde die CDU, die Christlich Demokratische Union, gegründet. Sie besitzt eine stark marktwirtschaftliche Orientierung. Die CDU ist eine Volkspartei. Wichtig sind ihr die traditionellen christlichen Werte und die Familie. Die CDU ist in allen deutschen Bundesländern tätig, nur nicht in Bayern. Dort vertritt sie die CSU, die Christlich-Soziale Union. Sie wird oft auch als Schwesterpartei bezeichnet. Im Bundestag haben sich beide Parteien, die CDU und die CSU, zusammengeschlossen. Das nennt man Fraktion. Die Farbe der Union ist schwarz. Die Grünen sind 1980 in Westdeutschland entstanden. Das Bündnis 90 wurde nach dem Mauerfall 1991 in Ostdeutschland gegründet. Als erste Partei Deutschlands brachten sie ökologisches Bewusstsein in das deutsche Parlament ein. Sie setzen sich vor allem für den Atomausstieg und Umweltschutz ein. Mit ihrer grünen Politik kämpfen sie für ökologische und soziale Nachhaltigkeit. Deshalb ist ihre Farbe grün. FDP ist die Abkürzung für Freie Demokratische Partei und sie besteht seit 1948. Kerngedanke der FDP ist der Liberalismus. Im Mittelpunkt steht die Freiheit und Selbstbestimmung jedes Menschen. Der Staat soll sich so wenig wie möglich einmischen. Die FDP befürwortet eine freie Marktwirtschaft, die sich ohne staatliche Eingriffe über den Markt selbst steuert. Sie setzt sich für ein einfaches Steuersystem ein. Die Farbe der Partei ist gelb. Die Linke, 2007 gegründet, entstand aus zwei Parteien. Der ostdeutschen PDS, Partei des demokratischen Sozialismus, und der WASG, die Wahlalternative. Sie kämpft für soziale Gerechtigkeit und gegen Armut. Die Partei steht der in Deutschland herrschenden sozialen Marktwirtschaft kritisch gegenüber. Sie lehnt Militäreinsätze der Bundeswehr ab. Die Linke hat seine Anhänger verstärkt in Ostdeutschland. Die Parteifarbe ist rot bzw. dunkelrot oder violett. Die Alternative für Deutschland, kurz AfD genannt, ist eine recht junge Partei. Sie entstand 2013 als Protestpartei gegen die alten Parteien Deutschlands. Sie ist für einen Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union. Ebenso stellt sich die Partei gegen die Aufnahme von Flüchtlingen. Die AfD kann als rechtspopulistische Partei bezeichnet werden. Alle anderen Parteien möchten nicht mit den Politikern und Politikerinnen der AfD zusammenarbeiten. Die Farbe der AfD ist blau. Die wichtigsten Parteien in Deutschland vereinigen insgesamt etwa 1,2 Millionen Mitglieder auf sich. Stand 2021 verteilen sich diese in etwa wie folgt. SPD 393.000, CDU 384.000, CSU 133.000, Bündnis 90, die Grünen 126.000, die FDP 77.000, die Linke 61.000 und die AfD 30.000. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020